Moin moin und hallo! Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Calvin and the Infamous Machine. Also die, äh, ja, die Scheißmaschine. Und wir wollten mit dem Mischer reden, denn, äh, mit dem haben wir noch nicht gequatscht. So, dann quatschen wir ihn doch einfach mal an. Was ist das mit dem Schaffler? Ähm, kann ich mir denn eine Karte leihen? Uh, kann ich dir den Sabertrack zeigen? Ich glaube, hier braucht jemand was zu trinken. Sieht, wie jemand einen Trinkreffel braucht. Der Schaffler ist wunderschön mit deiner observativen Prowers. Wenn ich dir einen Trink bringe, solltest du mir deine Karte für ein paar Minuten? Der Schaffler ist nicht einer, der eine Verzweiflung zu machen, aber vielleicht. Äh. Könnte ich deine Karte kaufen? Karte? Was ist der Schaffler ohne seine Karte? Was ist ein Muskox ohne seine Muske? Was ist der Bärl-Salesman ohne seine Mini-Bärl? Hm. Okay, okay, ich habe es. Ja, äh, kann ich dir einen Sabertrack zeigen? Uh, kann ich dir einen Magik-Trick zeigen? Der Schaffler ist nicht gehalten, um in pettige Trinkreffen, magisch oder sonst. Er ist der Praktiker eines Kunst. Du würdest es gut machen, um ihn zu respektieren. Okay, dann eben nicht. Äh, ja. Dann zeigt uns eben kein Trick. Äh, ja. Der Kelvin wird dich später sehen. Der Schaffler hat nicht deine Schaffung. Ja. Was haben wir denn überhaupt dabei? Wir haben eine Erdnuss, wir haben einen Cocktail-Kau... Können wir die Erdnuss in den Cocktail packen? Ah. Können wir die Erdnuss ankleben? Nö. Schade. Münzen. Hm. Was gibt es denn sonst noch? Nur noch die. Steinschere-Papier-Turnier, da können wir nicht gewinnen. Bei der Party können wir nur mitmachen, wenn wir was zu trinken haben. Beethoven, können wir sein Glas nicht abnehmen? Hm, furchtbar cooler Typ. Hier gibt es auch sonst nix. Erdnüsse haben wir schon. Hm. Wie in die Hölle kamst du hier? Hm. Du hast überhaupt nicht den Dresskarten. Lass. Ich war hier seit, bevor sie einen hatten. Wann haben sie angefangen? Ich weiß nicht. Vier Jahre vor? Du, Herr, bist eine Legend. Hm. Cheers zu dir, Bruder. Okay, mit dem können wir nicht wirklich was reden. Ha. Wir können ja nochmal Steinschere-Papier spielen. Stein, Papier, Schere. Stein. Ah, das kann ich nicht mitnehmen. Ich hab gewonnen. Äh, Schere. Ah. Äh, Papier? Was? Pistole? Du verlierst wieder. Komm schon, wie soll ich diesen Mann schießen? Ich weiß nicht, was diese Strafik betrifft. Das ist dein Problem, Junge. Hm. Ich kann doch sein. Becher kriege ich auch nicht. Toll. Und der gibt mir kein Bier. Ja, ich würde jetzt sagen, wir haben hier eine Erdnuss gekriegt und einen Cocktail. Können wir den auf uns selber benutzen? Ja, ich bin auf der Klock. Okay. Können wir mit den Partygästen mit einem Cocktail anstoßen? Geht das? Oder wollen die ein Bier? Ja. Beide, Mann. Du kannst nicht mit diesem. Es ist vielleicht ein Bier. Klaas in überall, Mann. Total Partygäste, Mann. Ja, toll. Die haben ein bisschen zu viel Bro-Saft getrunken. Dann müssen wir uns nochmal umgucken, ob es vielleicht irgendwo anders noch irgendwas gibt. Also da sind wir ja durch. Mülleimer, da war nix drin. Oh, wer ist denn der? Huseliger Typ? Wo kommt denn der her? Wann du das Konzert? Das Konzert. Der Typ ist mega verdächtig, aber so mega verdächtig. Rock in the pockets. Sweet. Yes, it is chili. Oh, I thought maybe you were hiding scary crab hands or something. That would be unhuman. Unlike me, an adult male human. Uh, yeah, right. Okay. So, are you from around here? Please specify a frame of reference. Uh, Vienna? One moment, one moment, one moment, no. Ähm, ist das ein Computer oder was? I'd rather not. He's giving me the heebie-jeebies. Ja, der gibt mir die Creeps, sozusagen. Willst du einen Cocktail? Wie wär's mit einer Erdnuss? Können wir ihn mit dem Hammer auf den Kopf hauen? Äh, können wir ihn bestechen? Äh, Kaugummi? Willst du einen Kaugummi? No, I'd rather not. Hm, okay, gut. Gucken wir nochmal. Weil irgendwie hat sich... Oh, da ist ja auch irgendjemand. Bücherwurm. Stock mit Löchern, ja. Ich krieg das Notfallglas einfach nicht kaputt. Weil mit dem Hammer will er nicht mehr. Übrigens habe ich tatsächlich ein Achievement dafür gekriegt, dass ich mit dem Hammer da drauf gehauen habe und es absolut nichts bewirkt hat. So. Okay. Okay. Scheinbar ist die Party wohl vorbei. Bücherwurm. Woah, what? According to this guidebook, there's an enormous devil chipmunk painted on the ceiling of the lobby. I don't see anything. Made you look. Oh, real mature. Moment, Moment, Moment. What? Portrait? Wow, they really captured this creepy over caffeinated essence. Hm? Portrait? Kann ich weiter nach oben gucken? Da ist mein Rucksack? Oh, es gibt hier ein verstecktes Bild. Ne, da geht's zur Hauptstraße. Okay, labert der sonst noch irgendwas? The book also says there's a secret room full of gold and candy that only appears if you scream the password. What's the password? I'm a stinky fart head. Okay, that's obviously another lie. Are you willing to take that chance? I mean, really willing? What if I'm telling the truth? You'll miss out on gold and candy for basically no reason. I'm a stinky fart head. No, no, no. You have to scream it. Scream it! I'm a stinky fart head! You're the worst kind of villain. Hm? Your, uh... Your shoes are untied. No, they aren't. Oh, God! What's that behind you? A violin. Pull my finger! You mean the one with the big spider on it? Ah, get it off! Get it off! Get it off! This is just too easy. Hm? I've had enough of him for one lifetime. Thanks. Mhm. Ja, good. Was is that? Schicker Schnacker. Nee, Schicker Snacker. Ooh. Are those donut holes? Mudballs. Want one? Ooh, what's in a mudball? Mud. I'll pass. You're really just standing here eating balls of mud? You haven't heard of the Cruise Link Diet? You can eat anything you want, as long as it's balls of mud. The doctor who invented it is back there in the theater. Mhm. So, have you lost any weight? The Cruise Link Diet isn't so much about weight loss as it is about eating balls of mud. Now you're catching on. Mhm. I'll leave him to his mud balls. Okay, good. Hm. Karderobe? Kerzenhalter? Na, gut. Dann gehen wir mal ins Theater. Ich hätte nicht gedacht, nachdem wir in die Bar rein sind, dass es was Neues gibt. Uh. Dr. Cruise Link? Den können wir nicht anwählen. Konzertbesucher? Ja, dann reden wir doch mal mit dem. Entschuldigung, Herr... Cruise Link. Dr. Cruise Link. Äh, kann ich dir helfen? Na ja, äh, ich brauche ein Rezept für was? Melaskia, bevor es zu spät ist? Meine Läge fühlen sich alles muschig. Ich brauche eine Preskription für Melaskia, bevor es zu spät ist. Hm. Wahrscheinlich ein milder Fall von Syphilis. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich empfehle sechs Iodin-Tabletten und ein Wochenende Rest. Verdammt. Mhm. Bin vom Pferd gefallen und meine Lunge hat geploppt. Melaskia ist das einzige Heilmittel. Was ist Melaskia? Warum will ich's? Ich spiel aus dem Pferd und meine Lunge hat geploppt. Wahrscheinlich ist Melaskia der einzige Heilmittel. Hm. Eine geplopte Lunge hat sich meistens in einem Tag oder zwei geploppt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weak-Tee und ein 4-Hour-Headstand sollten den Heilmittelprozess erhöhen. Oh, komm mal! Ja, äh, ich habe gerade mein Hirn rausgepupt. Ich brauche Melaskia. Jetzt! Sofort! Oh! Ich habe gerade mein Hirn rausgepupt. Ich brauche Melaskia. Jetzt! Wahrscheinlich. Eine gute Blödsinn sollte deinen Humor wieder in Verbindung bringen. Wahrscheinlich. 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 Komm mal in mein Büro morgen. Ich werde die Leechs vorbereiten. Wahnsinn! Ich bin plötzlich getötet. Hm. Ja. Besser nicht. Ähm. Spucknapf, Anschlagbrett, Konzertbesuche. Huh? What did you two think of the show? Oh, it was simply exhilarating! I feel so... Alive! Haha! Don't you, Mortimer? Yes, Angelica! So alive! I feel as if... As if I could sing! Like the stars... In the sky! And the stars in your eyes! You're the la-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-iht! Of my life! Ähm... Bravo! I guess... So, ich hab applaudiert, das sollte jetzt reichen. So, ich versuche, diesen Ludwig-Van-Beethoven-Greis zu helfen und ich fragte mich... Ich weiß nicht, er weiß nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Ah, ja, das war wirklich schnell. Hm? Hm? Could you please answer just one question without bursting into song? Of course. Have you seen a crazy little scientist sneaking around the neighborhood? Oh, God, here it comes. I have not seen. He has not seen. I have not seen a crazy little scientist. Thanks. Hm? Oh, nein. Never again. Mit dem redet er nicht mehr. Aber weitergehen können wir nicht, oder? Äh, hallo? Schrank? Ich kann nicht weitergehen. Oh, nein. Maske? Ich kann nicht weitergehen, weil die im Weg stehen. Hm. Cocktail? Nein, ich würde nicht. Äh, Erdnuss? Ich bin nicht sicher, wie die zusammengehen. Äh, Kaugummi? Ich glaube nicht, dass das... Gibt es sonst auch irgendwelche Hotspots, die neu sind? Nö. Anschlagbrett? Es ist ein paar randomen Papers. Ich bin nicht sicher, ob es any of sie sinnvoll sind. Hm. Aber irgendwas müssen wir doch jetzt mit den Sachen in der Gasse machen können. Da muss doch irgendwas Neues sein. Hm. Äh, was war das? Achso, der Kerzenhalter. Ab zur Hauptstraße. Der Typ ist doch ein Roboter. Ist doch kein echter Mensch. Ich vertraue dem nicht. Okay, hier ist wenigstens alles beim Alten geblieben. Aber... Es gibt ja hinten immer noch eine Wasserquelle. Hat die mir irgendwas Neues zu sagen? Wie kannst du mir erzählen über Rock, Paper, Scissor? Dieser Burly-Guy? Er stammt Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Hm. Ich bin Angst, dass die Kristallballen uns alles, was sie können können. Die Spirits können aber auch helfen können. Mit dem richtigen Werkzeug, kann ich ihre Gelegenheit beantragen. Hm? Welches Werkzeug? Oh, du weißt, etwas stereotypisch mystisch. Vielleicht Teeläfchen oder Tarotkarten. Lass es mir! Okay. Für sie brauchen wir also die Karten. Ja, was hast du gesagt, du brauchst, um mir zu helfen? Ein neues Objekt, durch das meine Vision zu verabschiedeln. Teeläfchen, Tarotkarten. Du hast die Idee. Okay. Okay, hau den Lukas, Wasserrohr. Aber wir können jetzt nicht die Erdnuss da draufpacken. Ich glaube nicht, das wird funktionieren. Hm. Kann der andere uns helfen? Der da? Herr der Ringe? Hey, relax. Es ist nur ein Spiel. Don't remind me. Don't leave the law firm, Fritz. There's no future in Carnival Music. Gertrud is going to kill me. Ja, die gute Gertrud. Okay, also, um bei dem Puzzle weiterzukommen, brauchen wir Tarotkarten. Die Karten kriegen wir aber nur von den Kartenspielern, wenn... Äh, ja. Wenn was? Da müssen wir nochmal rein. Von dem Kartenspieler. Der Mischer. Irgendwas mussten wir dem noch geben. Ach, ich quatsch nochmal mit dem. What business do you have with the Shuffler? Äh, ja, genau. Looks like somebody needs a drink refill. The Shuffler is awed by your observational prowess. If I bring you a drink, will you let me borrow your cards for a few minutes? The Shuffler is not one to make promises, but... Perhaps... The Kelvin will see you later. The Shuffler does not appreciate your mockery. Nein. Aber wir haben doch einen Cocktail. Wir können ihm doch einfach den Cocktail geben. Ah. Did you have business with the Shuffler? What? I just gave you a drink. You said you let me borrow your cards. The Shuffler recalls no such drink. Buh. And no such bargain. You must remember, sir. You. You're a tricky one. Hm. Okay. Also irgendwas müssen wir ihm in den Drink mischen. Oder können wir von dem jetzt einen anderen... Welcome, sir. What can I get you? Bier her? Beer me, Barkeep. I'm sorry, sir. We only have one beer left. And it's reserved for the winner of the Rock, Paper, Scissors, Tournament. Okay. One beer? Yeah. That ornery composer over there has been drinking us dry. Okay, also... Um jetzt mal chronologisch vorzugehen. Um das Bier zu kriegen. Mit dem wir da hinten irgendwas machen können. Mit den Bros anstoßen. Also um das Bier zu kriegen. Um mit den Bros anzustoßen. Warum auch immer wir mit den anstoßen wollen. Müssen wir bei den... Äh... Bei dem... Schere, Stein, Papier gewinnen. Bei dem Schere, Stein, Papier gewinnen wir aber erst, wenn wir der Wahrsagerin das Geheimnis davon entlockt haben. Das Geheimnis kriegen wir, wenn wir die Tarotkarten haben. Und die Tarotkarten kriegen wir erst von dem Typen, wenn er... Besoffen vorm Stuhl fällt. Oder so. Give me the strongest thing you got. The Molaskia, sir? I'm afraid that particular drink requires a prescription. Whoa. Ah, deswegen. How come? The last few patrons to order it experienced some ill effects. What, like a stomachache? They imploded. Okay, das ist also ein Drink. Ich nehme mal an, das ist der Drink, den wir dem Typen servieren müssen. Das heißt, dieser Ardalan Samimi bringt's nicht. Das ist irgend so ein lascher, äh, Hippie-Drink, der überhaupt nix, äh, umhaut sozusagen. Aber wir brauchen diese Prescription von dem Doktor. Aber ich weiß nicht, wie wir die kriegen sollen. Wobei, wobei wir holen uns erstmal den Blutring. So. Äh, aber wir brauchen irgendwie... Hm. Da kommen wir nicht weiter. Bei dem kommen wir nicht weiter. Bei dem kommen wir auch nicht weiter. Aber was bringt es mit denen anzustoßen? Nice, sieht aus wie ein Party. Was ist die Occasion? Occasion? Bro, bitte. Du brauchst keine Occasion, um die Brüse mit deinen Brüsen zu holen, Bro. Jetzt komm mal, Bro, uns in eine Brost. Äh, was? Eine Brost, Bro? Eine Brotost? Natürlich. Lass mich mal einen Mug nehmen. Okay. Warum auch immer wir das sollten. Ich muss nochmal rekapitulieren. Ähm. Wie geht's? Ich beginne eine Melodie und du kannst einfach mit es. Ba 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 Hmm. Ja, stimmt. Genau. Also irgendwie müssen wir ihn wieder dazu bringen, zu hören. Mit dem können wir nicht reden? Hmm. Okay. Dartbrett sagt er auch. Nö, macht er nicht. Aber wir können jetzt nicht mit dem Hammer da drauf hauen. Oder eine Erdnuss. Nein, ich würde nicht... Okay, hier kommen wir also nicht weiter. Okay. Bye. Big there. Bye. Bye. song I am